So und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Crysis 2. Wir haben volle Munition, das ist gut. Guter Anfang. Hämmer lasse ich da mal liegen. Bin ich ganz so der Fan davon. Was haben wir hier drin noch? C4 zweimal. Sehr gut. Hau ich mal hier den... Okay. Hau ich hier mal den Visor rein, wollte ich sagen. Bevor ich unterbrochen wurde vom Anzug. Gut, falscher Alarm. Ob das wirklich so ist? Nee, da sehen wir doch schon welche. Aber ich habe so das Gefühl, dass ich da nicht durchschießen kann. Deswegen öffnen wir hier jetzt erstmal das Tor. Dann werden hier eine Runde Feinde markiert. Bevor die dann ordentlich gleich auf den Sack bekommen. Bam. Ripschart ja. So, die beiden sind schon mal Geschichte. Sehr gut. Lief gar nicht so schlecht. Ich lebe immerhin noch. Oh, da liegt der. Schön da bleiben. So und ich glaube da hinten habe ich mir Verbündete markiert und keine Feinde. Deswegen. Hau wir mal kurz hier um die Ecke. Und schauen nochmal, ob hier nicht irgendwas ist. Ach, ich kann auch auf Visor machen, dann sehe ich das doch. Ach, nee, hier ist gar nichts mehr. Gut. Wirklich nichts mehr. Schade eigentlich. Schade. Ich glaube für das Spiel gibt es auch eine Trophäe, wenn ich es richtig im Kopf habe, die man dafür bekommt, dass man während des Spiels insgesamt glaube ich nur acht Gegner tötet oder so. Komme ich hoch? Ja, da komme ich hoch. Steff Sergeant Rainer. Uh. Hier ist voll der Krieg am Laufen. Die sind ziemlich überall derzeit. Naja. Kein sammelbares Objekt, schade. Alter, was war das? Mörserbeschuss. Genau, ich erinnere mich. Da war ja was. So, da haben wir ein dickes Geschütz. Munition wird markiert. Markiere ich mir hier mal eben. Oder auch nicht. Gut. Wie dem auch sei. Und das einfach auch noch, weil ich es kann. Ja, Augenblick. Aha. Okay. Da ist das Ziel, also. Geil. Okay. Dann machen wir das mal, ne? Ah. Dann würde ich mal sagen, ne? Alter, geil, das Ding ist fett explodieren. Oh, die sind schon ziemlich nah. Ich wollte eigentlich warten, bis sie ein bisschen näher kommen. Ohne zu merken, dass sie schon direkt vor meiner Nase sind teilweise. Alter, da kann man ja gerade gar nichts erkennen. So. Wird viel besser. Da komme ich natürlich wieder mal nicht durch. Da ist ein Verbindeter. Da ist noch ein Feind. Zack. Alter, ist der da gerade fett geplatzt. Alter, ich wollte gerade sagen, was kommt denn da schon wieder an? Achso. Darauf muss ich ja nicht ballern. Darum kümmert sich ja das Raketengeschütz hier vollautomatisch. Sehr angenehm, muss ich dazu sagen. So, haben wir nicht hier rein zufällig ein Scharfschützengewehr? Das freut mich doch. So, dann muss jetzt allerdings das LMG weichen. Und zwar dem Scharfschützengewehr hier gerade. Bam. Alter, der steht immer noch? Ne, jetzt kippt er um. Na los. Allein schon. Den hätte ich doch voll getroffen eigentlich. Das ist doch kacke. Kacke. Alter, warum kann ich hier gerade gar nichts sehen? Wie frech. Soll ich jetzt zum Gebäude fangen? Ich weiß gerade nicht so ganz, was Sache ist. Aber ich werde auch als allererstes... Oh, klasse Idee. Und da kippt er um und steht wieder auf. Ich werde erstmal kurz hier die Waffe modifizieren und... Escape, ja. Na los, komm raus. Uiuiuiuiuiui. Alter Schwede. Bam, den habe ich erledigt. Sehr gut. Nein. Oh Mann, ey. Immer dasselbe, was? Bam. Nummer 1 ist Futsch. Gut, frech. Naja, wenigstens ist er so frei und kommt mir noch entgegen. Das war wenigstens... ...net von ihm. Ach komm, verpiss dich. Keine Ratte hier. So. Oh verdammt, das war schlecht gezielt. Mal wieder. Ach, der ist schon tot. Naja. So, wo geht's weiter hier? Ja. Bam, da habe ich ihn aber seinen Schädel... ...zermanscht. Ach ja, das ist wieder so ein dicker Kollege. So ein Commander heißt... ...heiß nie, glaube ich, ne? Sonst noch irgendwelche Feinde... ...nicht in Sichtweite. Okay, dann schauen wir mal. Ach, scheiße. Ich habe dafür kaum noch... ...Munni. Das ist natürlich blöd. Scheiße. Naja, mach das nur. Ach komm, hier. Zack. Zack. Zack, auf Wiedersehen. Nee, das wollte ich eigentlich nicht. Granaten auch nicht unbedingt. Ey. Nicht schießen. Unfair. Nicht fair. Ah, da sind Verbündeter da oben. Okay. Alter. Der steht immer noch. Was? Bam. No-Scope. Direkt vor seiner Fresse. Verpiss dich. So. Wow. Ach komm schon. Das ist doch jetzt wohl ein Witz. Nein, kein C4. Zack. Zack. So, was mich viel mehr jetzt gerade interessiert ist. Da gibt es Munition. Wo gibt es noch Muni? Muni, Muni, Muni. Munition. Was haben wir da? L-Tag? Nee, brauche ich nicht. Ja. Drei Feinde und noch ein Feind. Toll. Da war er schon tot. Nein. Scheiße. Was war das denn? Bam. So. Einer weniger. Noch einer weniger. Da stand mir doch eben noch einer auf dem Dach rum hier. Alter, hier kann man ganz gut fahren, glaube ich. Weil ich glaube, hier kommen unendlich viele Gegner. Achso. Ach komm, den hatte ich doch getroffen. Ah, scheiße. Nein. Verdammt. Kackmist, ey. Oh, klasse. 27 Schuss. Yay. Da ist Muni. Sehr gut. Da ist ein Feind. Da ist ein Feind. Da hinten ist noch ein Feind. Und da sind auch noch welche. So, ich glaube, jetzt habe ich erstmal wieder alles. Oh, vielleicht nicht unbedingt der beste Ort. Nee. War es nicht. Eindeutig nicht. Bam. Ja. Haben wir nicht da. Auf einmal hinter dir. So, nächster da. Da oben sind noch Kollegen. Na dann. Alter, was hat denn geraucht hier schon wieder? Sehr gut. Sehr gut. So, komm. Da unten drin ist doch bestimmt auch was. Ach nee, nur ein Durchgang. Super. Naja. Naja. Gut. Hier rein. So. Mein Schlafschätzchengewehr kann ich auch mal nachladen. So. Würde ich mal sagen. Weiter in Richtung Zielpunkt. Oh Gott. Ich glaube, ich weiß, was gleich kommt. Oh, falsche Taste. Oh, cool. Juhu. L-Tag. Äh. L-Tag brauche ich nicht. Will ich nicht. Oh, kann ich da hoch? Tatsache. Juhu. Nein. Scheiße. So wird das natürlich nichts. Nein. So wird das auch nichts. Ja, erst mal. Du bist verwirrt, Kumpel. Du bist verwirrt. Und jetzt. Bam. Donner ich dich gegen die Wand. Juhu. 300. Ah, ich will da doch nur hoch. Verflucht. Na egal. Wow. Feinde. Okay. Achso. Ah, ja, ja. Am Arsch. Wie, wie ist der denn? Oh, allein schon war der. Da war doch kein Schwanz hinter mir, ey. So ein kleiner Pisser hier schon wieder. Wo bist du? Da. Fick dich. Fick dich. Fick dich. Tarek. Ja, ich bin mitunter aggressiv, aber ist ja nichts Neues hoffentlich. So. Her damit. Nicht fahren. Nein. So. Nachladen hier. Los, los, los. Nicht mit mir. Ja, außerdem, warum hat sich das mit einmal deaktiviert hier? War das aufgebraucht? Habe ich gar nicht mitbekommen. Ja. Okay, so wird das nichts. Ich sehe schon. So wird was draus. Sehr gut. So. Die Muni hier lasse ich mir natürlich nicht entgehen. Sehr gut. Weiter geht's. Alter, wie schnell die Energie aufgebraucht ist. Zack. Jawohl. Mal wieder ein Stealth Kill. So. Öffnen. Weg mit dem Stuhl. Weg mit dem Stuhl. Achso, Muni ist voll. Na gut. Dann. Dann wird aktiviert. Bam. Da ist sein Schädel weg. So. So.